Den ganzen Tag hab ich noch nichts gegessen, ich weiß nicht, was ich kochen soll und kann. Riechen wir mal, dass man total vergessen, ist auch egal, dann fahre ich eben dran. Ich hab ca. 75 Hühner, 5 Hühner und ein ungelegtes Ei. In meiner Küche tun sich die Rinder, die kommen an nur den eigenen Ei. Man will ja alles, was gerade oben liegt und stopfe es in einem rosen Topf. Wenn auch der Rinder einlänge im Rekt liegt, dann drücke ich auch bis zu oben drauf. Was für soße, 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 was für soße. Das ist mein Vorherrst, was für soße. Die Polizei will kalt, hau liebster täglich, nach jedem Essen zieht sie sich um. Dann separiert die Tüte, wenn sie möglich sind, dass sie kommt bei einem Lacken und hinsicht ab. Sie stellen alle am Ende in grünen Farben, bis alles an der Durchschule in erzieht. Dann singen sie vom quatschen Ampelgarten, wo die von falschen Haaren richtig zieht. Quatsch mit Soße, Quatsch mit Soße, Quatsch mit Soße, Quatsch mit Soße, Quatsch mit Soße. Quatsch mit Soße, Quatsch mit Soße, Quatsch mit Soße. Das ist mein Vorherrst, Quatsch mit Soße. Die letzte Strophe habe ich nicht beschrieben. Es ist hier wieder verhaftig Zeit.